EM-Rente rückwirkend zum 01.12.2022 bewilligt, habe ich Anspruch auf die Energiepreispauschale für Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Anfrage auf Rentenbescheid24.de erhalten. Ich lese es mal ganz kurz vor. Hallo, ich bin seit 2017 krankgeschrieben und seit 2018 läuft mein Antrag auf EM-Rente. Erst vor dem Sozialgericht und dann beim Landessozialgericht. Jetzt nach dem fünften Gutachten hat die Deutsche Rentenversicherung eingelenkt und hat mir im Dezember einen Vergleich angeboten, den ich angenommen habe. Die Deutsche Rentenversicherung bewilligt mir eine EM-Rente unbefristet ab dem 01.12.2022. Leider habe ich vom Gericht noch kein schriftliches Urteil bekommen. Meine Frage ist, bekomme ich noch die Energiepreispauschale? Also erst einmal, liebe Anfragende, herzlichen Glückwunsch für diese gute Geschichte. Sie haben wirklich lange gekämpft und jetzt haben Sie endlich Ihre EM-Rente bekommen. Und selbstverständlich steht Ihnen, weil ja die Rente zum 01.12.2022 beginnen wird, auch rückwirkend, die Energiepreispauschale für Rentner zu. Und zwar in Höhe von 300 Euro. Jetzt haben Sie natürlich ein Problem. Sie haben weder noch kein Urteil und auch noch nicht den Rentenbescheid. Das heißt also, Sie müssen beim Gericht Druck machen, dass die das Urteil Ihnen geben. Und zum anderen bei der Deutschen Rentenversicherung, die Ihnen ja den Vergleich angeboten hat, dass Sie bitte den Rentenbescheid bekommen. Denn mit dem Rentenbescheid haben Sie Zeit, bis zum 30.06.2023 die Energiepreispauschale für Rentner bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaftbahnsee zu beantragen. Also bitte vergessen Sie nicht das Datum 30.06.2023 bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaftbahnsee die 300 Euro Energiepreispauschale beantragen. Also alle diejenigen, die zum 01.12.2022 Anspruch auf eine gesetzliche Rente haben, das haben Sie, haben Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale für Rentner. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. 1.2022 Anspruch auf eine gesetzliche Rente.